Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Erfahren Sie, wie Sie Daten von einem RAID-Array wiederherstellen können, wenn der RSI-92804A4E-Kontroller ausfällt, wie man Daten von einem ausgefallenen RAID-5-Rate wiederherstellt. Wie Sie wissen, ist der Controller ein wichtiger Teil der RAID-Array. Wenn er ausfällt, funktioniert das gesamte System nicht mehr, das RAID ist zerstört und Sie verlieren den Zugriff auf Ihre Daten. Ein RAID-Controller kann auch gut von Hardware ausfällen, Beschädigungen, Fälle-Funktionen oder sogar File-Konfigurationen ausfallen. Wenn Sie auf ein solches Problem stoßen, erklärt das folgende Video, wie Sie den Zugriff auf Ihre verlorenen Daten wiederherstellen können. Um ein grundlegendes Verständnis der Technologie zu erlangen, sehen wir uns an, wie man ein RAID auf diesem Geräte-Typ erstellt. Jetzt kann auch für die weitere RAID-Wiederherstellung nützlich sein, d.h. für den Wiederaufbau des RAIDs, um wichtige Daten daraus zu retten. Schauen wir uns nun an, wie man ein RAID über das BIOS des Controllers erstellt. Drücken Sie dazu beim Auffahren des Service die Tatenkombination Storms plus HH. Wenn auf den Laufwerken eine frühere RAID-Konfiguration vorhanden ist, erkennt das System diese und bietet an, sie neu zu erstellen. Wenn Sie das nicht tun müssen, drücken Sie einfach die entsprechende Taste C, Ja und so weiter. Daraufhin wird das RCI Web BIOS-Fenster angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche Start, um fortzufahren. Wechseln Sie dann in den Bereich Konfiguration Assistent. Im Fenster des Assistenten wählen Sie die Option Neue Konfiguration und klicken Sie auf Weiter. Sie erhalten einen Hinweis, dass die vorherige Konfiguration gelöscht wird und alle Daten verloren gehen. Klicken Sie auf Ja, um fortzufahren. Wählen Sie dann den RAID erstellt Tipp aus, das heißt manuell oder automatisch und klicken Sie auf Weiter. Markieren Sie die Laufwerke, aus denen das RAID bestehen soll und klicken Sie auf Hinzufügen. Diese Laufwerke werden der virtuellen Gruppe hinzugefügt. Klicken Sie anschließend auf DG Akzeptieren, um zu bestätigen und auf Weise. Fügen Sie dann diese Gruppe zu Sparen hinzu, indem Sie zu Sparen hinzufügen und anschließend weiter wählen. Im nächsten Schritt geben Sie den RAID Level, die Blockgroße, die Einstellungen für Leser- und Schreiblichtlinien, den Cache und andere Einstellungen an. Nachdem Sie die Einstellungen konfiguriert haben, drücken Sie auf Große, Aktualisieren, Akzeptieren und Weiter. Verschädigen Sie auf Ja, um die Konfiguration zu speichern, drücken Sie dann erneut Ja, um die Integralisierung der Festplatte zu starten. Es wird eine schnelle Integralisierung durchgeführt, aber wenn Sie die Festplatten komplett überschreiben möchten, wählen Sie bitte eine langsame Integralisierung aus der Liste und drücken Sie Go. Das Reit ist erstellt. Nun müssen Sie den Computer neu starten. Der nächste Schritt besteht darin, das Laufwerk zu praktizieren, den Zugriff zu konfigurieren und so weiter. Für den Fall, dass Sie aufgrund eines Kontrollerauffalls den Zugriff auf ein Disk-Array verlieren, gibt es mehrere Möglichkeiten, Daten von den Laufwerken wiederherzustellen. Die erste Methode besteht darin, festzustellen, ob der Controller defekt ist. Sobald Sie sicher sind, dass der Controller defekt ist, können Sie mit der Wiederherstellung fortfahren. Die erste Methode der Datenwiederherstellung bei einem defekten RSI 9281 4i4e-Kontroller besteht darin, die Laufwerke an einen funktionierenden Controller anzuschließen. Für die User-Methode bestätigen Sie genau denselben Controller oder einen anderen kompatiblen Controller, mit dem Sie die verfolgten Rätkonfigurationen importieren können. Als erstes sollten Sie sich vergewiesen, dass dieser Vorgang sicher ist und keinen Schaden anrichten, da bei uns angemessen vorgehen, alle auf den Laufwerken verbliebenen Informationen und wieder berücksichtigt gelöscht werden könnten. Wir haben ein separates Video auf unserem Kanal mit einer detaillierten Anleitung, wie man die Laufwerke auf einem neuen Controller migriert. Die zweite Methode besteht darin, die Daten mit einer speziellen RAID-Wiederherstellung-Software wiederherzustellen. Hi-Man-Rate Recovery unterstützt alle gängigen RAID-Typen, die meisten Dateisysteme und verschiedene Ärzte von Arrays auf vielen Modellen von RAID-Kontrollern. Für die Daten mit der Erstellung müssen Sie die Laufwerke mit den Windows-Motor-Board verbinden. Wie Sie sehen können, hat die Software die Festplatten automatisch in einem bestätigen Array wiederhergestellt. Sie ist auch in der Lage, ein RAID zu erstellen, selbst wenn eine oder mehrere Festplatten fehlen, abhängig von der Ebene des Arrays. Wenn Ihre Hauptplatine nicht über gängigen Seiteanschlüsse oder Stromanschlüsse verfügt, dann können Sie Adapter und Erweiterungen als Beispiel verwenden. Markieren Sie das RAID und überprüfen Sie, ob die Software das RAID korrekt erstellen könnte. Wenn dies der Fall ist, klicken Sie mit der Maustaste auf die Positionen und wählen Sie Öffnen. Wählen Sie als nächstes den Analyse-Typ Schnellesuche oder verschiedene Analyse. Für die meisten einfache Situationen ist die Schnellesuche ausreichend, da sie weniger Zeit in Anspruch nimmt. In meinen Fällen hat die Software die Aufgabe problemlos bewältigt. Wie Sie sehen können, hat sie automatisch ein RAID erstellt und alle Dateien gefunden, die auf dem Festplatten RAID gespeichert waren. Gelöschte Dateien werden hier ebenfalls angezeigt. Sie sind mit einem roten Kreuz markiert. Markieren Sie alles, was Sie wiederherstellen möchten und klicken Sie auf die Schaltfläche Wiederherstellen. Geben Sie dann an, wo die Daten gespeichert werden sollen. Laufwerk, Ordner. Klicken Sie zum Wiederherstellen erneut. Wenn Sie fertig sind, befinden sich alle Dateien im angegebenen Verzeichnis. Wenn die Software mit der Schnellesuche keine Dateien finden kann, finden Sie die verschränkte Analyse durch. Gehen Sie dazu zurück zum Hauptmenü des Programms, indem Sie mit der Rechnen-Maus-Taste auf die Portionen klicken unter Analyse. Verschenke Analyse wählen. Wählen Sie das gewünschte Datei-System aus. Die Option zur Suche nach Inhalt kann ausgewählt werden. Um die Suche zu beschleunigen. Wenn immer noch keine Datei gefunden werden, führen Sie eine erneute Analyse mit aktivierten Inhaltssuche durch. In manchen Situationen kann es vorkommen, dass die Software ein Rechnen-Maus-Taste ist. Das Reit nicht automatisch erstellen kann. Dies kann darauf zurückzuführen sein, dass Service-Informationen auf den Festplatten überschrieben wurden und das Programm nicht in der Lage ist, die Parameter des feilgeschlagenen Reits zu bestimmen. In solchen Fällen kann der Reit-Builder mit der Funktion zur Manuellerstellung helfen. Der Builder kann helfen, wenn der Anfang der Festplatten gelöscht wurde, wo alle Informationen mit dem Reit-Parameter gespeichert waren. Dies kann passieren, wenn Sie die Festplatten an einen anderen Controller anschließen und die vorherige Konfiguration überschreiben oder das Reit neu aufbauen, bevor die Festplatten idealisiert werden. Nach der Integralisierung werden die Daten verständlich gelöscht. Wenn Sie die Parameter kennen, führen Sie kein Konstruktor aus, wählen Sie hier die Option und manuell erstellen, weiter. Geben Sie Array-Tub, Buchreifenfolge und Größe an. Fügen Sie die Platten hinzu, außerdem es besteht, und füllen Sie die feilenden durchleeren Platten aus, indem Sie auf das Pluszeichen klicken. Möglicherweise müssen Sie auch den Außen angeben, an dem sich der Anfang der Platte befindet. Sie müssen auch die Reifenfolge der Laufwerke angeben. Wenn Sie hier alle bekannten Parameter angegeben haben, sehen Sie Ihr Reit. Wenn die Parameter korrekt angegeben sind, erscheinen hier Ordner. Sobald Sie die Parameter angegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche hinzufügen. Das Reit wird dann im Datenträger Manager angezeigt. Führen Sie nun die Analyse durch, suchen Sie nach Dateien und stellen Sie die Gewünschten wieder her. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die Widerstellung von Daten aus einem Reit eine schwierige Aufgabe sein kann. Wenn Sie sich jedoch an diese Anweisung gethalten und keine unüberlegten Schritte unternehmen, können Sie erfolgreich wieder auf das Laufwerk zugreifen und Ihre verlorene Daten wiederherstellen. Vergessen Sie auch nicht, Sicherungskopien zu erstellen, um zu verhindern, dass Ihnen so etwas passiert. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Denken Sie daran, diese Videos zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal Hitman Software zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank für's Zuschauen. Auf Wiedersehen. ."